Hinter diesen Mauern in Wiener Neustadt verschanzt sich ein bewaffneter Täter. Ein Fall für die Spezial- und Antiterroreinheit Cobra. Es darf kein Fehler passieren, jede Bewegung im Team, jede Entscheidung muss jetzt perfekt funktionieren. Die Kollegen sind mit dem gebranzerten Fahrzeug, mit dem Survivor vorgefahren vor diesem Eingang, haben die Räumlichkeiten dann besetzt und den Täter überwältigt. Das war's. Polizei, keine Bewegung! Schaut gleich zu mir! Schaut zu mir! Ich sichere! Es dauert keine zwei Minuten und der Täter ist am Boden und wird abgeführt. Für die Cobra ein Ablauf, der bis ins letzte Detail trainiert ist. Diesmal zwar eine Übung, für den Ernstfall werden die Szenen aber so realistisch wie möglich nachgestellt. Denn dann müssen die Beamten von einer massiven Gegenwehr ausgehen. Wenn der Täter bewaffnet ist, muss man damit rechnen, dass man beschossen wird. Das heißt, entsprechende Schutzausrüstung, möglicherweise ballistische Schutzschilder, das taktische Vorgehen muss passen, ist aber alles ein Standard-Training, das man dann auch eben im Einsatz umsetzen kann. Denn im Ernstfall ist keine Zeit. Das Team muss dann die Situation selbstständig bewältigen. Entscheidend ist für diese Teams also die Vorbereitung. Alles, was dort passieren kann, versuchen wir halt im Vorhinein immer zu trainieren. Was kann passieren? Welche Zwischenfälle hat es gegeben weltweit? Welche Szenarien können wir uns selbst zusammendecken? Also da kommen die schrecklichen Szenarien in unseren Köpfen vor, die wir dann trainieren. Weil, wie wir immer sagen, das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist. Und er ist dafür verantwortlich. Der gebürtige Oberösterreicher Rainer Wintersteiger. Aufgewachsen im Bezirk Braunau. Seit November letzten Jahres leitet er die Cobra. Begonnen hat seine Karriere 1983, als er sich als Schondarm beworben hat. Ich war dann drei Jahre in der Gendarmerie-Schule in St. Pölten. Dann war ich zwei Jahre auf einem Gendarmerie-Post in Oberösterreich, in Aach-Hochburg. Und habe mich dann beworben, im zarten Alter von 20 Jahren, für das Gendarmerie-Einsatzkommando, damals noch. Und habe dann in den nächsten Jahren, die ich dort war, gesehen, liegt mir, will ich machen. War dann auf Fortbildungen und bin immer wieder zurückgekommen und habe es nie bereut. Also ich könnte mir nicht vorstellen, was ich anderes gemacht hätte in der Exekutive. Aus ursprünglich geplant zweieinhalb Jahren bei der Spezialeinheit wurden über 35. Wintersteiger hat in dieser Zeit alle Ebenen durchlaufen. Vom eingeteilten Beamten bis zum Offizier. In der Zeit war er unterwegs als Air Marshal, also als Sicherheitsbegleiter in Flugzeugen. Hat mehrere Spezialausbildungen gemacht, ist Sprengbefugter und Präzisionsschütze. Zehn Jahre lang war er im Personenschutz. Natürlich solche Personenschutzdienste mit einem US-amerikanischen Präsidenten oder mit einem Papst in einem Fahrzeug drei Tage lang, sind natürlich Punkte, die herausstechen. An die erinnert man sich nicht immer wieder gerne. Für ihn prägend waren auch die Jahre im Ausland, wie Algerien, Tirana und Sarajevo, so der Generalmajor. Seine persönliche Leidenschaft ist aber nach wie vor das Fallschirmspringen. Das, was wir dienstlich springen, sind erstens nicht die großen Höhen normalerweise. Wir springen aus dem Hubschrauber. Das heißt, wir leben eigentlich davon, dass wir fast nur Außenlandungen springen. Also nicht auf einem Flugplatz, auf einer genehmigten Landewiese, sondern wir springen in Alpinengelände, wir springen in kleine Zonen, wir springen auf Hausdächer. Wir machen das Ganze in der Nacht mit Eingleiten, mit GPS, mit Nachtsichtgeräten, irgendwo hinfliegen, mit Gepäck bereits. Und das ist natürlich etwas anderes als in der zivilen Springer. Ob mit dem Fallschirm auf ein Dach, ein Flugzeug stürmen oder einen bewaffneten Täter überwältigen. Mehr als 400 Cobra-Beamte sind in Österreich an acht Standorten stationiert. An jedem ist immer ein Team für den Einsatz bereit. Ausgebildet für Schwerkriminelle, organisierte Kriminalität wie etwa Menschen-, Waffen- oder Drogenhandel und terroristische Angriffe. Denn Fakt ist, letztere werden mehr. Es verändert einfach nur, dass wir, wenn es terroristische Anschläge gibt, versuchen, diese Informationen so schnell wie möglich zu bekommen. Zum Beispiel Anschläge in Paris waren die Kollegen von der französischen Spezialeinheit bei uns, haben eine große Präsentation gemacht. Haben wir unsere ganzen Fragen beantwortet, Hintergründe dazu, wie sie damit umgegangen sind, was sie anders machen würden. Und aus dem versuchen wir eben zu lernen. Dafür gibt es den sogenannten Atlas-Verbund. Hier vernetzen sich europäische Sondereinheiten. Denn alle haben das gleiche Ziel, den Terrorismus bekämpfen, die Zivilisten schützen. Die Zeiten werden nicht besser werden, das Gegenüber wird härter, warum auch immer. Ob es eine Psychose ist oder einfach die persönliche Struktur dahingehend ist. Auf das müssen wir reagieren. Das heißt, wir reagieren drauf mit neuer Technik, ballistischen Schutzschildern, mit neuen Taktiken dafür. Besonders die Kriege in und um Europa fordern die Spezialeinheiten. Wie wir alle wissen, zur Zeit der Krise in Jugoslawien sind natürlich sehr viele Waffen, Handgranaten ins Ausland kommen, auch nach Österreich. Natürlich auch Personen, die dann irgendwo ins Ausland gegangen sind und dort Geld illegal verdienen wollten. Wir werden das gleiche Problem haben mit der Ukraine und mit jedem Konflikt, dass da nach Österreich die Waffen kommen, auch Personen, die einfach dementsprechend geschädigt sind von den Vorkommnissen dort. Jedes Szenario, das international passiert ist, wird im Training aufgenommen. Die Eliteeinheit des Landes bereitet sich täglich auf Ernstfälle vor. Sie sind die Besten. Aus 200 Bewerbern haben es im letzten Jahr nur 24 ins Cobra-Team geschafft. Er muss einmal ein fertiger Polizeibeamter sein. Er muss zwei Jahre exekutiven Außendienst machen. Das heißt, er hat eine Ahnung vom Polizeiberuf. Er kann sich dann zu uns bewerben, macht ein Auswahlverfahren, ein umfangreiches. Also das ist ein Cobra-spezifische Auswahlverfahren mit Vorselektionen, mit Schießleistungstests, mit körperlichen Leistungstests. Die körperliche Überprüfung führen sie mit der psychologischen zusammen. Für die Besten geht es sechs Monate nach Wiener Neustadt. Danach kommt die Spezialisierung. Zwei bis vier Jahre dauert es, bis ein Cobra-Beamter fertig ausgebildet ist. Und dann heißt es, im Team perfekt zusammenwirken. Keine Bewegung! Kontakt! Kontakt! Keine Bewegung! Wenn ich im Einsatz anfange, irgendwen anzuzweifeln, dann habe ich irgendwas falsch gemacht im Vorhinein. Das heißt, die Leute, das Einsatzmodul, jedes Einsatzmodul, zum Beispiel das heute, wenn ein Einsatz ist, werden die ausfahren, sie werden die Arbeit erledigen. Man muss keinem die Arbeit erklären, sondern sie sind in der Lage, alles selbstständig abzuarbeiten. Und man muss ihnen vertrauen. Wenn man ihnen nicht vertraut, muss man in Friedenszeiten das alles hinterfragen, ob man etwas ändern muss, ob man sich von jemandem trennen muss, wie auch immer. Es ist ein ständiges an die eigenen Grenzen gehen. Und der neue Chef, Rainer Wintersteiger, kennt diese Arbeit von der Pike auf. Also ich glaube, ich bin nicht streng oder erfordern oder sonst irgendwie. Ich glaube, ich habe den großen Vorteil, ich mache das seit 1988. Das ist eine irrsinnig lange Zeit. Ich habe die ganzen Ebenen durchlaufen als Inspektor, Revierinspektor in mittlerer Führungsebene und eben dann als Offizier. Ich habe die meisten Bereiche durchgemacht bei uns. Offensichtlich habe ich keine gröberen Fehler gemacht. Vielleicht habe ich es sogar gut gemacht und deswegen darf ich heute aussitzen in dieser Funktion. Die Spezialeinheit arbeitet jedes Jahr mehrere tausend Einsätze ab. Tatsache ist, dass das Einsatzkommando Cobra die letzte Bastion ist. Also wir können uns nicht mehr umdrehen und sagen, wir werden es jetzt machen. Das heißt, wir haben es zu erledigen. Ganz einfach. Die Eliteeinheit des Landes. Und das? Mit diesem Oberösterreicher an der Spitze. Mit diesem Oberösterreicher an der Spitze.